Das ist doch viel neu zu sehen, oder? Nein. Prost! Herr Präsident, der Bildung ist auch schon da. Ich freue mich, dass wir Zeit gefunden haben, hier in unseren neuen Schutzraum zu kommen. Wir sehen, der Gang ist auch schon da. Der Wegmann ist auch schon da. Nein, ich werde jetzt den Raum erfüllen. Okay. Hoffen wir auch. Hoffen wir auch. Ich glaube, ich schaue mal die Pagatelle an.